so willkommen zurück wie schon im letzten let's play angekündigt diese mission hier dieses szenario mit dem bandenkrieg hier seht ihr noch kurz das intro auf der hamburg jetzt mal weg zwischen zwei verfeindeten gangs die gangster haben sich hinter fahrzeugen ich hoffe ich schaffe es jetzt da sind sogar frauen dabei es gibt verletzte brände sind ausgebrochen beenden sie die schießerei indem sie alle gangster festnehmen und absohieren versorgen sie alle verletzten und löschen sie die brände bevor sie sich in stadtinnere ausbreiten alles klar tanknisch fahrzeug hier ja erst mal die polizei ne sek helikopter ja hier drin ich glaube das war auch zu nah dran neben ich versuche das erstmal mit den dreien indem ich den heli unten hinschicken so fort mannschaftstransportwagen sind das auch sek soldaten ne das sind nur polizisten die haben keine blankgranaten lasse ich die mal weg streifen brauchen nicht das brauche ich alles nicht den roboter brauche ich auch nicht abschleppfahrzeug gut die kann ich hier oben schon mal parken bin dabei die benötige ich ja auf jeden fall notarzt benötige ich auch den das ich glaube ich mal hier vorfahren ach da geht es nicht oder was in ordnung jetzt aber und den rtw oder die rtw ist okay tag ich jetzt manchmal hier das mit den zwei bin dabei packe ich mal da unten ja ich muss jetzt erstmal versuchen die banditos hier festzunehmen dafür benötige ich doch aber dann ein mannschaftstransportwagen um die ja wegzufahren gut packe ich die mal hier unten verstanden und auf go so ich bin gespannt der heli ist da ihr hört ihn da ist er was geht es noch ein bisschen weiter runter hier ja oder so war jetzt lasse ich von mir ist ganz auch landen und die einfach rauslassen aber na gut die brauchen natürlich einen coolen einstieg eine show so was geht's blendgranate werfen das ist mir der heli im weg ich schicke den mal beiseite überall alarm in ordnung bin dabei erwarte befehle kein problem bin bereit okay bin bereit so festnehmen ich weiß nicht wie lange das anhält da oben in ordnung bin dabei wird erledigt wird gemacht jetzt kommen die nein Achtung eine einsatzkraft wird angegriffen zu befehl zu befehl nein nicht schießen kein problem man der ist ja nur am blendgranaten werfen jawohl wird gemacht bin bereit rein mit dem jawohl wir kommen Handschellen verstanden was geht's alles klar verstanden rein damit gemacht du gehst mal weg und du auch jetzt mal den gefangenen rein oder schon voll nö passen noch drei rein erwarte befehle verstanden was geht's man das ist ein richtiges man muss die leute ja richtig ich lasse jetzt oh die löschen alleine oh das ist gut hatte ich ganz vergessen anzuklicken oh heli ist da kann ich im heli noch welche muss ich gerne mal probieren was geht's so jetzt muss ich die mal hier alle positionieren mit doppelklick links markiere ich alle so die drei hab ich da hinten noch jetzt muss ich die natürlich machen wir auf pause blendgranate ach ich muss den so der muss die erst so ich muss jetzt ah ich muss den die erst auswählen lassen so jetzt kann ich die dahin werfen bin bereit der wirft auch der ist normal der ist normal der auch dann sollen die drei festnehmen bin dabei ok wird gemacht wird gemacht so kommt wir uns festnehmen wird erledigt bin bereit bin dabei jawohl erfolg freigeschaltet die große unfreiheit weil ich so viele festgenommen habe so jetzt kann der arzt auch aussteigen bin dabei und die versorgen die schuldet ihr jetzt mal weg wird erledigt ja das ist natürlich heiß rtw's können hier schon mal vorfahren in ordnung höre ok der mann kann hier beiseite gehen bringt alle gefangenen zu den arrestzellen in der basis ach so der ist voll können die da auch fahren nicht was geht's was geht's doch bin dabei geht doch alles super alles gut alles klar was geht's alles klar bin dabei was haben wir noch die können nur einen da seht ihr unten ist für meine leute und oben ist für gefangene oder sowas ok dann müsst ihr den nochmal ein bisschen hier zurückhalten ach das gebäude hat angefangen zu brennen eieieiei aber gut dass der automatisch löscht den rtw ziehe ich gleich vor oder der kann ich mal hier an die seite ich brauche nochmal den mannschaftstransportwagen ich muss meine leute abholen erwarte befehle alles klar raus mit euch ach ne ich brauche nur zwei doch kannst du mit dem kümmern wird erledigt stimmt diesmal waren es ja nicht so viele aber letzte dann kann der wagen wieder abrücken mannschaftstransportwagen kann meine leute abholen in ordnung nee gar nicht die müssen mit dem heli zurück seht ihr das hier fehlen die nämlich überall jetzt habe ich die natürlich umsonst gerufen bin bereit fängt immer mehr an zu brennen erwarte befehle bin bereit der heli ist da mal hoch scrollen so du kannst mal hier landen landest du von alleine zu befehlen besatzung abseilen in ordnung eigentlich nicht es sei ja bestimmt den einen marktverabteil der donnesitz ja war klar erwarte befehle ich sollte aber einsteigen bin bereit wird erledigt bin bereit so alle brände gelöscht ähm ja feuer werden weg so du sollst ja einfach mal landen und jetzt damit besatzung abseilen nein wird gemacht jetzt landet er was geht's höre so jetzt lasse ich die mal gleich einsteigen kein problem mit dem gefangenen einen kann ich nämlich noch und einen habe ich auch mal sehen wird er mir angezeigt da kommt er und da ist der gefangene drin und der sek-mann steigt auch ein wunderbar ich habe alles wird gemacht tschüss der rttungstransportwagen bringt das auf der notarzt ja kann weg abschlepper noch keine verfügbar zwei muss ich noch abschleppen was geht's ja und dann war es das hier schon was wunderbar dann kann es ja direkt weiter gehen ich spure mal etwas vor damit wir noch mal in das nächste szenario reingucken können ok komm ein abschlepper noch das letzte let's play habe ich ja groß gefällt hervorragend hervorragend sie haben alle aufgaben makellos gemeistert und sogar über 100.000 punkte goldmedaille geil ja wunderbar ich musste die beiden da gar nicht mehr abschleppen das war ja auch nicht teil der mission waren ja nur zwei fahrzeuge eigentlich ah super einsatz erfolgreich abgeschlossen für ihre helden hafte leistung im letzten einen verkehrsunfall haben sie die genehmigung zum kauf neuer einsatzkräfte erhalten so verkehrsunfall ja fahrer fahrer aber bestimmt die leute daraus schneiden mit der feuerwehr und dann muss ich mal sehen ob da leute drin sind ach oben steht sie auch drei opfer mit notarzt versorgen das heißt ich kann schon mal die anderen beiden rtws dazu holen so ich spule mal etwas vor damit wir das auch sehen hier von der zeit her müsste es eigentlich passen so da ist der notarzt was geht's sofort fahrt ihn nicht um erwarte befehle zu befehl höre sofort erwarte befehle sofort die feuerwehr müsste irgendwo erscheint kommen die alle von oben links ja was geht's so ihr könnt mal direkt da durchfahren verstanden und aussteigen so jungs ja ist in Arbeit Rettungsschere höre ist in Arbeit ja okay bin bereit und schneiden der kam wieder rein in Ordnung erwarte befehle bin bereit bin dabei okay kann alle aussteigen ihr seht ich hab das schon ein bisschen drauf hier mit dem ganzen klicken und rausholen schon mal hinstellen und so weiter so langsam wird hamburg auch langweilig möchte jetzt mal weiter kommen hier ach und abschlepper ne steht das irgendwo fahrzeuge abtransportieren also abschleppfahrzeug die trage ich mal hier in der Reihe sofort alles erledigt der Dock kann den nächsten hier versorgen wird gemacht was geht's ja so Männer dann könnt ihr weg was geht's in Ordnung ihr könnt auch zurück kein Problem so erwartet kein Problem ich spüre mal ein kleines bisschen vor der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation an der Basis verstanden bin dabei bin bereit alles klar na kein Problem ich spüre mal schnell vor so da sind die Abschlepper kein Problem du kannst den du kannst gleich hier bleiben zu Befehl oh vorsichtig da super jungs was macht ihr denn na toll ach und die drängen sich da auch noch durch alles klar Notarzt einsteigen ihr könnt einsteigen kein Problem der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis bin bereit könnt ihr mal schnell folgen hier vers Cheek die drinnen und fahren und vier zwei zwei vier ich mir einen Fahrschulsimulator vor, wo man so durch eine Stadt fährt und dann muss man nur aufpassen wegen GTA zum Beispiel. So, ich löse mal die Kamera. Das sehen wir auch von hier. So, wenn der drin ist, dann... Tada! Credits, 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 neue... Oh! Wettungshelikopter. Yes! Gleich zwei Stück. Noch ein Feuerlöschboot. Transportfahrzeugtaucher. Achtung, Raubüberfall auf offener Straße. Das Opfer wurde vom Täter angegriffen und verletzt. Es wurden mehrere Wertgegenstände entwendet. Der Täter befindet sich auf der Flucht. Versorgen sie das Opfer, nehmen sie den Täter fest und transportieren sie ihn ab. Aber ich habe jetzt hier einen Heli, der wesentlich schneller am Unfallort ist. Mal sehen, hätte ich jetzt einen Streifenwagen losgeschickt, das dauert ewig, bis dahin ist der Typ verkloppt und dann brauche ich noch einen Notarzt. Den werde ich vielleicht sowieso brauchen. Mal schauen. Ich hoffe, der Polizeihelikopter kann da jetzt irgendwie Leute ablassen oder was? Ah, da sehen wir schon, ja. Zu Befehl. Notarzt. Ja, TV. Okay. So, der Heli ist da. Wo ist er? Der Täter versucht, das Einsatzgebiet zu verlassen. Sofort aufhalten. Ja. Ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Ach, der kann ich den nicht. Er kann da wirklich nichts. Wirklich nichts machen. Bin dabei. Er kann nur landen, aber da sind zwei Polizisten drin. Mal sehen, lässt er die raus? Verstanden. Ja. Erwarte Befehle. Was geht? Komm, hinterher da. Ja. Okay. So, der verfolgt die. Ach, der. Aus ungeklärten Gründen ist ein Schiff in Brand geraten. Wird erledigt. So, die rennen jetzt hinterher, aber der macht gleich Pause. Da. Und befinden sich nun in Gefahr zu ertränken. Löschen sie alle Blende und finden sie alle Besatz und Schub wieder. Und hier ist mal wieder ein Schiff in Brand. Zwei Leute müssen gerettet werden. Und ja, ich würde sagen, das zeige ich im nächsten Let's Play. Wer weiß, was da noch zusammenkommt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß bei Emergency 2016. Das war euer Major Skippy. Danke fürs Zuschauen nochmal. Macht's gut. Schönen Tag. Tschüssi. Vielen Dank.